Hallo in die Runde, willkommen zu einer neuen Skatgeschichte. Wir versetzen uns mal zwei, drei Jahre zurück in die Vergangenheit an einen finsteren, düsteren, nebelverhängenden Montagabend in den Vereinsräumen des Skatclub Hansa Hamburg. Brandte noch Licht, dort wurde ein scharfer Skat gespielt. In dem Spiel, was ich euch hier mal zeigen möchte, sind die Hauptprotagonisten Fabian in Vorhand, Matthias in Mittelhand und Stefan in Hinterhand. Die Ausgangssituation stellte sich für Fabian wie folgt dar. Er hatte eine interessante Eingangskarte, fünfmal Peak, dreimal Herz, Asskönig, Dame und dann zwei blanke Zehner. Also definitiv ein Blatt, was man gerne reizen möchte. Wenn der sechste Trumpf drin ist, wird es auf jeden Fall ein Riesenspiel. 20 Augen zu drücken, ist immer ein Argument. Trotzdem gibt es sicher auch den einen oder anderen Skatspieler, der das Spiel als Blender bezeichnen würde, denn es gibt natürlich auch eine ganze Menge Findungen, die das Spiel überhaupt nicht verstärken und dann stehst du da. So, nichtsdestotrotz, 18 wurden geboten von Matthias, Fabian Hielt, dann gab es schon kein Zurück mehr. Hier wurde gepasst, da wurde gepasst und im Skat war natürlich nicht eine der Findungen, die das Spiel so schön einfach machen, sondern so eine typische Findung, wo du jetzt wirklich ein echtes Problem hast. Gut, wir können immer noch 20 drücken, so wurde es auch gemacht. Keine großen Ansatzpunkte oder Ideen, jetzt hier mit blanker Zehen zu operieren. Es sind immer noch 20 im Keller, es kann mal die Herzzehen blank stehen. Es gibt natürlich noch Chancen. Das Spiel wurde eröffnet mit der Piklusche. Und der erste Stich zeigte schon, dass hier irgendwie ein bisschen was im Busch war. Karo Bube wurde direkt rausgenommen mit dem Herz Buben. Das verrät jetzt schon eine ganze Menge über den Trumpfstand. Da komme ich gleich noch mal zu, machen wir erst noch mal ein, zwei Stiche weiter. Das Spiel lief weiter, Karo Lusche, Fabian muss bedienen und jetzt eine ziemlich starke Kombination. Hinterhand nimmt das Karo Ass raus. Das ist soweit noch nicht spektakulär. Jetzt aber spielt er nicht etwa ein Karo Bild nach, sondern die Karo 7. Und Mittelhand legte die Herzzehen. Ja, keine guten Nachrichten für den Alleinspieler. Erstens mal offensichtlich stand die Herzzehen blank. Leider hat er davon jetzt nicht so viel. Okay, das Schöne ist, die Karte ist jetzt im Prinzip schon mehr oder weniger komplett gelesen und eröffnet dem Alleinspieler an sich nur noch eine klitzekleine Hoffnung, dieses Spiel zu gewinnen. Und da stelle ich mal die Frage in die Runde, wie sollte der Alleinspieler jetzt fortsetzen? Und naja, klar, stechen. Also stechen setze ich noch mal voraus. Ich gebe das noch mal vor. Wir stechen erst mal nur mit dem König. Das Ass könnte noch mal wichtig werden. Wie muss das Spiel jetzt weitergehen, um eine kleine Siegscheine zu haben? Pausiert sonst gerne auch mal das Video. Hier kann man jetzt nämlich schon eine sehr tiefe Analyse machen, denn die Karte, wie gesagt, ist schon relativ klar und dann kommt man vielleicht auch auf den Zug, der hier noch die besten Erfolgsaussichten hat. Tatsächlich ist von der Kartenverteilung das Spiel ohne einen Fehler der Gegner nicht mehr zwangsläufig zu gewinnen, aber es gibt einen Zug, der diesen Fehler, den du dann brauchst, eben sehr leicht provozieren kann und dieser Zug ist die Herzdame. Die Herzdame wurde auch gespielt und wurde gefunden und jetzt gucken wir uns auch mal an, warum diese Herzdame so gemein ist, was daran so der Clou ist. Es ist ja, wie ich schon sagte, schon fast die gesamte Kartenverteilung klar. Der Spieler hier in Mittelhand hat logischerweise noch die beiden Herzluschen. Er hat noch einen Buben, wahrscheinlich den Kreuzbuben. Es könnte auch der Pikbube sein. Er hat noch die beiden Karotbilder, das ist auch schon bekannt. Insofern muss er noch genau zwei Kreuzkarten haben. Das könnten auch andere sein. Das ist noch nicht ganz klar, welche Kreuze es sind. Es ist aber definitiv so, dass das Spiel überhaupt nur noch dann gewonnen werden kann, wenn das Kreuzass hier bei Stefan sitzt. Herzdame muss natürlich bedient werden. Und jetzt hat Stefan hier eine sehr unangenehme Situation. Wer würde denn jetzt ernsthaft mit diesen vier Trümpfen die drei Augen der Herzdame stechen wollen? Tatsächlich wäre Stechen hier der einzige Siegweg für die Alleinspieler. Denn Fabian hatte durchkalkuliert, dass er noch ein, nachdem er jetzt 34 Augen liegen hat, einen Null-Augenstich machen wird im Zwischenspiel, wo er einsticht. Dass er dann am Ende noch einen 25 Augenstich macht. Da hat er das Kreuzass, was er immer bekommt, eingerechnet. Und eins der Karo-Bilder und 25 plus die 34 liegen, das sind erst 59. Deswegen musste hier noch ein weiteres Stich her. Ein Bild langt allerdings und die Herzdame, wir haben schon überlegt, nennen wir sie hier die vergiftete Herzdame oder nennen wir die Übung vielleicht die Herzdame bitte zum Tanz. Vergiftet ist beim Schach immer so ein Synonym dafür, dass eine Figur gerne genommen wird und man hätte es besser nicht tun sollen. Hier fällt es sich genau umgekehrt. Die Herzdame zu stechen, wäre der richtige Siegzug für die Gegenpartei gewesen. Sie würden dann immer gewinnen, selbst wenn das Kreuzass einfach danach angeboten wird. Es langt hier einfach nicht mehr, könnt ihr mal die verschiedenen Wege durchspielen. Die Herzdame hier ist insofern listig, denn es fällt jetzt sehr leicht dem Spieler hier. Und ich wüsste gar nicht, ob ich selber darauf komme, das alles so komplett zu durchdenken, wenn ihr euch mal in die Lage dieses Spielers versetzt. Es fällt hier sehr leicht, auf diese drei Augen erstmal die Kreuzlusche fallen zu lassen. Danach war die Sequenz jetzt quasi im Kopf schon vorgegeben, wurde jetzt routiniert abgespielt. Es folgte das Herzass. Herzass, Herzlusche. Jetzt gibt es natürlich keine Ausrede mehr zu stechen. Pik 10 ist eine Option. Ich zeige es jetzt hier trotzdem nur noch einmal mit der Pikdame, damit klar wird auch, warum es so wichtig war, hier erst nur mit dem Pikkönig zu stechen. Jetzt bringt der Spieler natürlich hier nicht sein Kreuzass. Er könnte etwa die Kreuzdame bringen. Die darf jetzt natürlich noch nicht gestochen werden. Das sind dann zu wenig Augen. Es wird also einmal Herz abgeworfen, hinten Übernahme. Und der Rückschub auf 0 Augen, der muss jetzt natürlich gestochen werden, sonst droht Überstich Kreuzass mit dem letzten Buben. Hier ist der vorgelebte, vorgedachte 0 Augenstich. Damit sind es immer noch 37 und jetzt kommt Trumpf raus. Pik Lusche. Und jetzt sehen wir auch, warum ist es so wichtig, noch nicht am Anfang mit dem Trumpfass zu stechen, wenn wir hier vertauschte Buben hätten. Dann wäre jetzt hier ein Abzug möglich, wenn hier nur noch der Pik König steht. Dann könnte dieser Spieler hier Rest haben, indem er Pik Buben übernimmt, mit Pik 10 den Könighut. Wahrscheinlicher war es allerdings so, und so saß es auch. Pik Lusche, Kreuzbube, kommt eben jetzt die Pik 10. Und jetzt bleibt ja nichts mehr, als dass es hier noch diesen schönen 25 Augenstich gibt, genau auf 62. Bleibt mir noch zu sagen, Hut ab vor dieser sehr starken Leistung im dritten Stich mit verdeckten Karten diese komplette Analyse durchzuführen, die Herzlame dann als aussichtsreichste Karte zu finden, danach das Spiel auf 62 Augen abzuwickeln. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen wäre. Sicher, wenn, dann nur an einem sehr guten Tag. Zeig doch einmal mehr, wie komplex, wie anspruchsvoll das Spiel ist, wie tief es auch geht, und dass du immer, wenn es geht, ein paar Stiche in die Zukunft denken solltest. Dann bedanke ich mich bei allen Zuschauern, freue mich schon aufs nächste Video. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, Gut Blatt. ... UNTERTITELUNG